So Leute, jetzt kommt mein Erstschlag für Silvester 2019, 2020. Wir haben einen Nico Flashbang, einen Thunder King. Jo, starten wir mal, ja? Starte ich jetzt mit dem Thunder King. Ja, Zeit läuft. Okay, ab geht's. Ups, der war ein bisschen zu hoch. Okay. Ne, leider nicht. Dann machen wir jetzt den Flashbang. Junge, Junge, Junge. Jawoll. So, das war der Erstschlag 2019 nach 2020. Viel Spaß beim Feiern und Lass es ordentlich krachen. Ciao. Ciao. Ciao.